Gründe, warum jeder einen Christoph braucht. Christoph begleitet einen überall hin, weil er möchte, dass du immer sicher bist. Außerdem hat er einen unglaublich guten Musikgeschmack und zeigt dir immer seine neuesten Bänger. Christoph bestellt dir immer dein Lieblingsgetränk oder bringt dir immer dein Lieblingsgetränk vom Einkaufen mit. Er sagt nicht von Anfang an Nein, sondern probiert gerne neue Sachen für dich aus. Ist gut. Christoph liebt es zu kuscheln. Er liebt es mit dir shoppen zu gehen und Outfits für dich rauszusuchen, damit du immer gut aussiehst. Christoph ist immer gut gelaunt und seine gute Laune ist wirklich sehr ansteckend. Er fährt übrigens auch sehr gut Auto und fährt dich überall hin, wo du möchtest und holt dich auch wieder ab.